Wir haben im Jahr 2021 knapp 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher im Tiergarten Schönbrunn gehabt. Das ist für eine österreichische Freizeit- und Kultureinrichtung eine sehr hohe und tolle Zahl und wir sind erneut damit eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Aber für uns bedeutet es vor allem, dass sich die Besucherzahl im Vergleich zu den Jahren vor Corona nahezu halbiert hat. Zuletzt im Jahr 2019 waren es knapp 2,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Hauptgrund war natürlich die Corona-Krise und die langen Lockdowns, die wir infolge der Krise hatten. Der Tiergarten Schönbrunn war insgesamt 90 Tage lang geschlossen oder konnte nicht betreten werden. Das heißt, während drei Monaten, einem Viertel des Jahres, war kein einziger Besucher im Zoo. Das haben wir natürlich sehr stark gespürt. Stark gespürt haben wir im Sommer auch das Ausbleiben der Gäste aus dem Ausland. Der Tiergarten Schönbrunn ist ja auch eine ganz wichtige Touristenattraktion und die Gäste aus dem Ausland haben halt in diesem Sommer durchgehend in einem großen Ausmaß gefehlt. Der Tiergarten Schönbrunn hat ja eine ganz tolle und treue Fangemeinde. Das sind 100.000 Jahreskartenbesitzer, ganz einzigartig für einen europäischen Zoo, die im Schnitt fünfmal im Jahr in den Tiergarten Schönbrunn kommen. Und wir haben auch bei dieser Gruppe gewisse Rückgänge infolge der Corona-Maßnahmen gemerkt. Aber im Großen und Ganzen haben sie uns die Treue gehalten und darüber sind wir sehr froh. Und ein weiterer Lichtblick waren die Monate September und Oktober. Die Zeit kann man wirklich als goldenen Herbst für uns bezeichnen, weil das war das allererste Mal seit Beginn der Pandemie, dass wir annähernd wieder die Zahlen vor Corona erreicht haben, bei angenehmen Temperaturen und relativ wenig Auflagen. Und das stimmt uns sehr positiv, dass wenn es passt und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, der Tiergarten Schönbrunn nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Und in diesem Sinn freuen wir uns sehr auf die vielen, vielen Besucherinnen und Besucher im Jahr 2022, die uns hoffentlich wieder besuchen werden. Untertitelung des ZDF, 2020